Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal CorePoint. Wir haben jetzt eine längere Pause eingelegt und haben uns jetzt überlegt, fulminant zurück zu starten und haben dazu uns Verstärkung geholt. Zu einem haben wir zu unserer rechten Jeffrey. Hallo, ich bin 21 Jahre alt, ich mache momentan noch Ausbildung und bin dafür bekannt, dass ich komplett geistig behindert bin. Ich denke, das tut den Nagel ziemlich auf dem Kopf. Ja, zu meiner Linken ist der Patrick, der stellt sich auch mal kurz vor, denke ich. Ja, ich bin 28, arbeite bei C&L in einer Kosmetikfirma, mache dort die Logistik. Das heißt, mit ihm werden wir immer perfekt gestylt sein. Richtig, richtig, richtig. Und als drittes haben wir da noch jemanden dazu geholt, nämlich den Timo. Der konnte heute leider nicht dabei sein. Den werdet ihr dann bald bei einem Video sehen. Da wird er sich ja nochmal vorstellen, damit ihr ihn auch kennenlernt. Und ab jetzt werden wieder regelmäßig Videos auf unserem Kanal kommen. Ich denke, die Bundeliga wird uns erhalten bleiben. Da werden wir jetzt wieder starten. Genau, da werde ich dann die Moderatorrolle quasi übernehmen mit den beiden dann hauptsächlich. Ja, genau. Ja, Jeffrey ist hauptsächlich vor der Kamera, ist auch für Schnitt zuständig, genauso wie der Timo. Der Timo hat im Schnitt auch schon ein bisschen Erfahrung, hat ein bisschen für seinen Cousin geschnitten. Und der Patrick, der wird die Kamera machen, wird viel hinter der Kamera sein, aber natürlich ab und zu auch mal vor der Kamera, je nachdem, wie es halt gebraucht wird. Und das Make-up. Und das Make-up. Das Make-up, das ist ganz entscheidend. Das können wir nicht vergessen. Und in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß. Viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.